hallo meine lieben herzlich willkommen mein name ist captain beim dies ist das spiel im magazin und ich habe für euch mal wieder was ergattert und zwar gibt es gerade beim steam gibt es laver kauft und der tempel des osiris für umme hier steht es minus 100 prozent 0 euro sensationelles angebot ich finde das kann man sich ruhig mal angucken warum nicht es ist umsonst wer es noch nicht gespielt hat könnte ja auf genau diese idee kommen es würde sich irgendwie anbieten sieht auf jeden fall gut aus ist ja auch mittlerweile durchaus ein klassiker es ist nicht mehr ganz so brandaktuell und es leckt aber das liegt jetzt weniger am spiel sondern mehr an der internetverbindung ja steam versucht uns da ganz offensichtlich eine kleine freude zu machen und macht uns da ein stay at home angebot also gerade in corona zeiten einfach zu hause bleiben und zocken und mit laver kauft könnte man da ja durchaus einen guten anfang machen wenn ihr das spiel schon habt würde mich natürlich interessieren wie es findet ja also lohnt es sich muss man es gespielt haben oder ist das eher so ja so semi ja mich würde interessieren was ihr darüber denkt was sagt ihr zu dem angebot was sagt ihr zu dem spiel schreibt mir in die kommentare und wenn es euch gefallen hat und wenn ihr weiterhin angebote dieser art sehen wollt dann lasst mir ein abo da ich würde mich freuen in diesem sinne ich bin captain bam und ihr seid die besten bis zum nächsten mal ciao